Klappe die erste. Geht schon? Ja, geht schon. Also ich bin der Jack und ich will die Gelegenheit dazu nutzen, weil das ist ja so, ich suche halt nämlich eine Frau für mich. Und da sind mir zwei Punkte sehr wichtig. Sie muss auch Geld haben. Und zwar viel, weil ich habe nämlich keins. Und außerdem, zweitens, soll es auch fesch sein. Ich bin ja auch fesch. Das sehen Sie ja. Sie soll zumindest fesch sein als mein Hund, der Friesl. Geh Friesl, komm her da, was ist? Wo ist er denn? Na, ist ja wurscht. Das war's eigentlich. Ah, da fällt mir noch ein. Kochen soll es nicht mehr auch können. Das kann ich auch nicht. Oh Gott, das reicht. Dankeschön. Warum?